Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei Make Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um den Lippenaufbau und die Behandlung ist schon in vollen Gängen. Hier haben wir jetzt mal die Szene etwas zensiert für all diejenigen, die eine Spritzenphobie haben oder auch kein Blut sehen können. Man denkt jetzt, schmerzt diese Behandlung, aber in dem Präparat, das wir verwenden, was immer von einem Marktführer stammt, diese Hyaluronsäure enthält ein Betäubungsmittel im Präparat selber drin, deswegen benötigen wir auch keine Betäubungscreme. Und ja, wir gelangen jetzt hier schon fast am Ende und damit können wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal.